So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot, ja äh, fuck, das ist das letzte Mal passiert, genau, wir haben ganz viele Aufträge gemacht, damit wir Cutschens auslösen, dann ist uns Gardo wieder am Traum erschienen und ich glaube, wir müssen jetzt zu Gardo, guten Morgen, super, hä, was ist denn, ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ach ja, das war dieses Erdbeben, ach stimmt, da war ein Erdbeben, ein Erdbeben, wa? Super, du hast dasselbe gedacht wie ich, du machst dir auch Sorgen, nicht super? Simsalas Team ist immer noch nicht zurück, man sagt, Krauton sei furchtbar stark, das macht mir Angst, aber Simsalas Team ist auch sehr stark, es geht ihnen bestimmt gut, außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsalas sich um Grauton kümmert, wir müssen nur warten, dass er wieder zurückkommt, wir müssen nur weiterhin tun, was wir können, also geben wir unser bestes als Retter Team. Auf Deutsch, mach weiter Jobs und hinterfrag die Story nicht. Äh, naja, ähm, hallo? Au, ach, ich wollte mich gerade mit W.A.S.D. bewegen. Äh, äh, hm, was, na, hm oder hallo? Ah, hi. Oh, ich kenne dich noch nicht. Ach ja, ich hoffe, dass die Atomqualität dieses Mal wieder besser ist, wenn nicht, dann tut es mir wirklich sehr leid, ich tue, was ich kann. Ähm, ich bestelle mir die Tage ein neues Mikrofon und dann wollen wir mal schauen, wie das dann ist, ne? Oh Gott, neue Stimme. Ähm, also ich bin ich so und das ist Wohin genau. Wohin genau! Wir haben eine Notiz am Infobrett vor der Paperpost hinterlassen. Wohin genau! Bitte sieh doch mal nach, bitte, bitte, bitte! Wohin genau! Bitte hilf uns! Äh, bitte hilf uns, wir müssen jetzt gehen! Wohin genau! Okay. Was war das? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon, sagte der kleinen Jungen, ich erhieße Esso. Ich glaube, er will, dass wir uns das Infobrett der Pilippapost ansehen. Ja, hat er gesagt. Vielleicht haben Esso und sein Freund ein Problem und versuchen daher über das Infobrett Hilfe zu bekommen. Ja, du, Gott, der schaltet aber auch langsam heute. Da bleibt uns nur noch eins übrig. Gehen wir und sehen uns das Infobrett der Pilippapost an. Was du jetzt zum dritten Mal erwähnt hast, Mike. Ich habe es schon beim ersten Mal verstanden. Auch nach dem vierten Ruin genau. Du hast einen Belieber-Satz. Nein, nein, den will ich kaufen. Den möchte ich gerne kaufen. Ja, kaufen. Yeah, willkommen, Keklo-Lah. Verdammt, das habe ich das vergessen. Egal, 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 egal. So, ist es wieder ein bisschen Geld weg, würde ich sagen. Willkommen, bla, bla, bla. Steinwurf. Ach, Steinohr, habe ich dachte, das ist zu dem Steinwurf. Oh, ich bin doof. So, legen wir das rissliche Geld kurz ab. Boah, jetzt haben wir mehr als 3000 Leute. Leute, wir sind so verdammt nicht reich. Äh, ja. Okay, Kengama. Hi. Was geht bei dir? Ich möchte gerne ein bisschen zurücklagern. Äh, ne, den behalte ich. Seinebeeren, Top-Elixiere, da war ich eins. Und deswegen möchte ich die Beleber sagen, gerne für die Dingens, äh, ne, die, die wichtigen Sachen behalten. So, Infobrett. Okay, was ist jetzt von, wohin genau das ist so? Das ist von Galoppa. Das ist von Noctu. Das ist von Nidorino. Das ist von Draschel. Das ist von... Ah, da, ist so. Bestrafe Minky im Tumultwald. Info. Bitte bestrafe Minkys Bande. Ja, ähm, ja, da bin ich wieder. Ja, das ist... Mein Handy hat geklingelt, aber... Naja, egal. So, bitte bestrafe Minkys Bande. Klingt, ist so. Ziel, Sondermission. Oh, Tumultwald U10. Anspruch 10. Belohnung, was weiß ich. Jo, nehm ich. Am Infobrett hingern Rettungsjob auf dem Stand. Bestrafe Minky. Habt ihr den Job dort ausgehängt? Jippa, jippa. Nein, genau. Eine fiese Minky Bande läuft amok in unserem Wald. Die sind total wild. Wir haben alle Angst. Nein, genau. Wir wissen nicht, warum sie sich so aufführen. Aber sie sind immer misch drauf und greifen jeden an, der über ihren Weg läuft. Nein, genau. Oh nein, das ist ein Problem. Super, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir schielen auf euch. Nein, genau. Der Ort, an dem die Minky Bande ihr Unwesen treibt. Der Tumultwald steht jetzt für Erkundung in Offen. Yeah. Okay, das ist auf U10 und das ist Anspruch C. Okay, vielleicht soll ich doch einen Beliebersamen mitnehmen. Nur für den nötigsten Notfall. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte gern was. Ähm, was möchte ich denn mal? Schlafsamen hebe ich mir auf jeden Fall auf. Ähm, ich hätte gern einen der Beliebersamen, aber auch nur einen. Genau. Ah, die Beliebersamen sind in diesem Spiel so rar, Alter. Äh, ich habe sie nicht auf die U guckt, den darf ich aufnehmen. Egal. Tü, 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 tü. Gut, dann mal ab in den Tumultwald. Tumultwald. Auch ein schöner Name. Der ist da oben. Okay. Tumultwald U1. Schicke Mucke mal wieder. Oh, was gibt es hier denn? Blutzuck. Äh. Mal sehen, wie viele Schläge ihr braucht. Okay, Mike macht auch nicht so viel mehr Schaden als ich. Der macht so 20 mehr Schaden. Aber hier ist schon die Treppe, Leute, das ist super. Sind wir schon in Tumultwald U2. Und hier gibt es scheinbar sehr viele Items. Ein Flora-Gummi. Das werde ich mir jetzt genehmigen, Leute. Weil ich habe gerade sowas von Hunger auf Flora-Gummi. Oh, und ich bekomme die IQ-Fähigkeit Ausweicher. Äh, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Aber man kann es ja trotzdem mal angucken, ne? Die Fähigkeit des Pokémon anzu... Äh, die Fähigkeit des Pokémon angriffen und Attacken auszuweichen verbessert sich. Ja, die machen wir natürlich an, ne? Das ist eine geile Fähigkeit, vor allem bei Bossen. Wenn die dann mit ihren starken Attacken nicht treffen, dann hat man eine Runde mehr Zeit. Das ist auf jeden Fall gut. Wachstum. Ey, auf dich hier so zu boosten. Ne, ne, oh, oh, 124. Okay, ich gehe mal zurück. Und, ne, da oben ist noch ein Alte. Mach ein Flora-Gummi. Ne, ne, das ist ein Grün-Gummi. Ich glaube, das Flora-Gummi ist für Pflanzen-Pokémon, das Grün-Gummi ist für Käfer. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ich glaube, das ist sogar so. Wow. Ein. Na gut, es hat ja auch keine Attacke eingesetzt. Es hat ein bisschen, ne, Standard-Normal-Ich-Dreh-Dreh-Dreh-Die-Fresse-Angriff gemacht. Wetter sonnig. Das ist doch schön. Da wird es nochmal extra Attacken stärker. Oh, nein. Mach, ey. Es kommt mir nicht mit so einem Scheiß. Bezirkung, na, oh, Gott. Ich habe doch einen Heilsamen dabei, oder? Ne, natürlich nicht. Aber ich habe die Georock-Prox. Nein, falsch ist eingesetzt. Ne, los. Okay, gut. Die kann man trotzdem auch noch in die richtige Richtung werfen, auch wenn man verwirrt ist. Ach, gut. Gut, dass ich die Dinger mithabe. So. Ah, nach da oben gehe ich mal nicht. Aber wir gehen jetzt mal nach hier unten. Und da ist schon wieder die Treppe. Okay, dieser Dungeon ist nicht so schwer. Er ist nur ein bisschen tiefer, aber... Na ja, das soll uns ja nicht stören. Sag mal, gibt es hier nur Blutzug und Samurzeln? Weil mich das nicht stören, aber... Pff, ein bisschen wenig, ne? Wow. Oh, Rosalia gibt es auch. Okay, und die Blutzug machen nicht viel Schaden. Dieser Mutze auch nicht. Der Dungeon müsste schnell gehen. Ist ja nur ein bisschen... Nervig mit dem Status Attacken. Und dass ich alle halt nur nicht so effektiv treffe. Ne, ne, ne. Ich weiß gar nicht, ob es in dem... Wissen wir dann schon auch schon die Fähigkeit gab, später mit dem Partner am Anfang rumzulaufen. Also, dass der denn der Anführer ist. Also, dass ich dann mit Mike rumlaufe und das Pikachu mir dann halt folgt. Wisst ihr, das ist eine sehr coole Sache. Vor allem in solchen Dungeons, wo man nicht sehr effektiv ist. Aber ich glaube, das ist auch... Dodo, dann Daudri. Ach, Planas. Schade. Dodo, dann Daudri wäre gut, wäre ich sehr effektiv gewesen. Aber gut, das Planas ist... Das machen wir auch mal schnell weg. Ich sehe gerade 95 Erfahrungspunkte. Das ist nicht so viel, oder? Also, habe ich das richtig in Erinnerung, dass die aus den letzten immer so 200 gebracht haben? Ach, verdammt, ich bin ja verwirrt. Wenn ja, dann sind das hier echt wenig, die ich hier bekomme. Stirb, Blutzuck. Geh mir nicht auf den Senkel. Gunt Apfel. Und dann kommt ein Samurzel. Hi. Und tschüss. Tschüss Samurzel. Ach, Samurzel ist süß. Ich, ich, ich mag Samurzel. Es ist ein richtig knuffiges... Sag mal. Also, diese Blutzung, ne? Die sind ja mal richtig nervig. Mike, mach nur das mal. Also, ich finde, Samurzel ist so ein richtig niedliches Pflanzenpokémon. Ich glaube, das einzige Pflanzenpokémon, das noch niedlicher ist... Ah. Nee. Nee, Samurzel ist definitiv das niedrigste Pflanzenpokémon, was ich kenne. Knospi, Celebi und Shaman sind zwar auch ziemlich süß. Lol. Wer hat gerade Erdbeben eingesetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Was zur Hölle? Irgendjemand hat hier gerade richtig mies Erdbeben gemacht. Also. Ja, so Turzel ist auch süß. Lubella ist auch ganz knuffig. Aber Night Samurzel ist das süßeste Pflanzenpokémon, was ich kenne. Ich bleib dabei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eurer... Hagel? Okay. Dieser Wald steckt voller Überraschung. Jetzt muss ich es mit Slam angreifen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer... absolut süßestes Pokémon ist oder halt je nachdem das Pflanzenpokémon. Was, was, was? Typenvorteilmeister. Ich habe irgendeine neue IQ-Fähigkeit. Ich möchte euch mal einkuchen. Iko, Iko, Iko. Typenvorteilmeister. Die Vortreferate des Pokémon erhöht sich, wenn das Gegner mit einem Typen Nachteil angreift. Oh, das ist gut. Ey, hey, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nicht. Mike, super. Ausweichert auch. Was, ich kann nicht beides haben. Ach komm. Das ist doch blöd. Selbstheiler. Hätte ich schnell von Startausproblemen. Das will ich auch haben. Okay, das kann ich scheinbar auch haben. Aber Typenvorteilmeister und Ausweichert geht nicht gleich sehr. Ja, dann nehme ich Ausweichert, weil ich glaube, dass man mich nicht trifft, ist wichtiger, dass ich volltrefferlande. Oh Gott, jetzt geht dieses Haargewetter los. Oh nein, nein. Ich finde Sprite übrigens von Flammy richtig niedlich, wenn es Schaden erleidet. Da kommen so zwei mega lange Tränenflüsse aus seinen Augen. Achtet mal drauf gleich. Nee. Voll süß. Du bist so eine kleine Heususe. Ach Mike, du bist doch eine kleine Heususe. Und der Hage nervt mich. Hallo Samurze, du nervst mich gerade auch, auch wenn du süß bist. Oh, Löffel ab für zwei Jahre. Löffel 22. Hui, mein Löffel ist gestiegen. Blablabla. Um zwei, um zwei, um eins, um eins, um zwei, das ist okay. Und der Hage geht hoffentlich auf der nächsten Ebene weg, weil, nee, ich mag ihn nicht. Dann lieber Sonne. Von mir aus auch Regen, dann kriege ich nicht jede Runde Schaden. Oh, ich hoffe, wir kommen nicht noch an Sandsturmgebiete, weil die sind auch richtig nervig. Nee, nee. Da passiert in der Altworn nämlich das Gleiche. Sehr schön, Mike, hast du gut gemacht. So, sage weg, Tumultwald, Uzi. Oh, ja, gut, Tage ist. Und noch ein Grüngummi. Okay, also fast wir was Grüngummis brauchen, wissen wir, wo wir hingehen müssen. Ne? Und wo ist das? Richtig, der Tumultwald. Habt ihr aufgepasst. Sehr schön. Ach, Mike, du bist so aggressiv. Du greifst einfach jedes arme, kleine Pokémon an. Nein, da ist Geld. Geld nehme ich mit. Somit war die U. Ach, und... Nein, nein, noch ein Grüngummi. Ho, ho, ho. Also, wenn wir ein Pflanzen-Pokémon, dann wären wir jetzt schon richtig sehr, sehr gut. Sag, Mottel, möchtest du uns vielleicht, äh, unserem Team beitreten? Das wäre schon irgendwie cool. Jetzt trinke ich einen Top-Elixier, weil ich weiß nicht, ob ich gleich in diesem Kampf mit dieser Manky-Bande noch Zeit habe, als zu trinken. Obwohl, ich werde wahrscheinlich Schokolade einsetzen. Okay, ich habe was Dummes gemacht, scheiß drauf. Egal, YOLO. Und 3 geht's. Tumultwald U10. So, wo ist jetzt diese mitgewogene Manky-Band? Da ist die schon. Oh, Manky. Manky und Rasa waren früher meine absoluten Lieblings-Pokémon. Die sind so cool. Was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gerne, aber Manky, wir regen uns hier schnell auf, kapiert. Weil sie so akku sind, die sind einfach cool. Und was uns richtig im Rage bringt, Rage-Mode, ist, wenn hier irgendwelche Bombeutel auftauchen. Dieser blöde Gesichtsausdruck, das macht mich jetzt fertig. Ich sehe rot. Manky, Schleckerei, Schleckerei. Alter, wie die abgeht. Ach ja, Manky ist toll. Wow. Okay. Ihr seid nicht so stark, wie ihr aussieht. Hust, hust. Ja, was für ein epischer Bosskampf. Wie versprochen haben wir der Manky-Band gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Das wird ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Vielen Dank euch allen, wirklich. Nein, genau. Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Das Team von Superheld, eine geschählte Kastanie zur Belohnung. Yay. Was? Das ist eine geschählte Kastanie. Genau, eine geschählte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Nein, genau. Deshalb können wir euch zu Belohnung eine Kastanie geben. Ich seid jetzt enttäuscht. Äh, nein, nein. Wir sind nicht enttäuscht. Ich meine, geschählte Kastanie sind lecker. Ich liebe sie. Etwas Geld wäre zwar auch nett gewesen, aber was da ist. Ja. Hey, Ida. Ach. Oh nein, die Manky-Bande. W-w-wohin genau? Diese Manky-Bande. Haben sie uns bis hier verfolgt? Ja, ich meine ich. Ihr hattet nur Glück. Mit uns legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir kleiner aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Manky! Schlägerei! Schlägerei! Aufsteh mit Gebrüll! Äh. Hey, auf ein Blick mal. Seht euch das an. K-K-Kastanie! Das ist eine geschählte Kastanie! B-bitte? Was machen die da? Sieht aus, als würden sie über etwas diskutieren. Nein, genau. Was geht hier vor? Äh, ihr habt ja was, was wir wollen. Diese geschählte Kastanie da. Können wir hier haben? Schlägerei! Schlägerei! Klopft euch! Klopft euch! Nein! Klopft euch! Halt die Fresse! Ja, also, wir lieben geschählte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Schlägerei! Könnt ihr euch nicht selbst Kastanien besorgen? Naja, Kastanien haben noch immer so piekse Gestahlen. Stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, pieksen wir uns. Und dann werden wir Fruchsteufelswild. Deswegen fragen wir, ob wir uns die geschählte Kastanie gebt. Wir tun alles, was ihr wollt. Alles, was wir wollen. Hm. Gebt mir all dein Geld. Hm, was meinst du super? So, mit der Minky-Bahn nur unsere geschählte Kastanie geben. Ja! Ich habe eine Idee. Halt mal, Minky. Wie findet ihr ein wenig körperliche Arbeit? Mike, willst du sie jetzt als Sklaven halten, oder was? Oh Gott. Wie? Körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln. Aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja für eine geschählte Kastanie. Ja, eine für drei. Also gut. Also gut, dann machen wir das. Wir wollen nämlich, dass unsere Basis etwas beeindruckender aussieht. Basis? Ja, richtig. Voilà. Diese drei Minky's bauen gleich unsere Basis um. für eine geschählte Kastanie. Ich weiß schnell nicht mehr vor, so Bauarbeiter bauen so ein komplettes Haus und die kriegen da Sandwich für, so. Als Belohnung. Weil sie jetzt so faul sind, in den Supermarkt zu gehen und Sandwich zu kaufen, Alter. Oh. Ja, richtig. Unsere Retter-Team-Basis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch die geschählte Kastanie. Wie hört sich das an? Alter, wir haben so... Ich wollte das auch... Okay, wir helfen. Schlügerei! Wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst das uns. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lange gefackelt und gefuchtet. Im Gegenzug, gebt uns die geschählte Kastanie. Ich auch. Ich helfe auch mit. Ich spucke Seite, damit wir alles zusammenhalten können. Egal, passt. Ich will auch helfen. Nein, genau. Ihr kriegt aber keine Kastanien. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschählte Kastanie geben konnten. Nein, genau. Ich danke euch allen. Okay. Packen wir es an. Packen wir es an. Okay. Okay. Yeah. Woo. Das war immer ein episches Bild. Und so. Begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Teams Legende von Super. Der Name wurde lange nicht erwähnt. Einige Tage später. Uh. Schick. Ha, da ist ein Pikachu-Kopf. Wahnsinn. Es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Achso, die ist noch nicht fertig. Nein, genau. Wir stehen in eurer Schuld. Woin, genau. Ja, die alle freuen sich. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Woin, genau. Das stimmt. Aber wir sind fast am Ziel, oder, Minky-Bande? Wie bitte? Da, dort drüben. Wetten, die essen die Kastanie. Ne, die schlafen. Was ist denn los? Wir müssen weiter... Äh, äh, wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Schlingerei! Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja, genau. Das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschälte Kastanien könnten jetzt nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Super, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Minky-Bande arbeitet erst weiter, wenn wir hier eine Kastanie geben. Mike, ganz ehrlich, man sagt dir was und du wiederholst es. Ja, ich glaube, das ist so und so. Ja, wir haben einen Job beim Infobrett. Ich glaube, wir sollten zum Infobrett gehen. Wir wollen Kastanien. Ich glaube, wir wollen Kastanien. Oh Gott, Mike. Wir müssen der Minky-Germann nicht jede geschälte Kastanie geben, die wir finden können. Okay, also sollen wir jetzt geschälte Kastanien suchen? Uh, mein Haus ist größer. Okay, Leute, darf ich mal sagen, im nächsten Part werden wir uns dann auf die Suche nach den geschälten Kastanien machen, damit wir die Minky-Bande bezeichnen. Ja, ist mein Bett größer? Ich glaube, mein Bett ist größer. Oh, schön. Äh, also, damit wir die Minky-Bande bezeichnen können, die unser Haus bauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Pokémon Missed wie Dungeon. Team Rot. Bis dahin. Ciao.